Was mich als Hase tierisch aufregen würde, ist die Tatsache, dass mich Menschen immer mit Kaninchen verwechseln. Da muss man sich so vorkommen, wie ein Holländer den Ausland immer für einen Deutschen gehalten wird, oder? Hallo, mein Name ist Doge, ich bin aus Amsterdam. Oh, das ist großartig. Hey, I went to Germany too last year. I think it was Brussels. Naja, ganz knapp daneben. Ganz knapp daneben. Original Szene Kölner Straßenbahn von Pajan, da saß so eine intellektuell angehauchte Mutter mit ihrem Sohn, Frederik übrigens, und sagte zu ihm, Ach, schau mal da, Frederik, die ganzen Häschen, wie die hoppeln. Ja, und dann konnte ich beobachten, wie ein Obdachloser nach langer Zeit sich mal wieder als wichtiger Bestandteil der Gesellschaft fühlen konnte. Und ich hätte auch pädagogisch nicht wertvoller rüberbringen können, Freddy, das sind Kaninchen.